Kapitel 13 Marzipan und Sprotte Marzipan will statt zu fahren in sich gehen und überlässt Sprotte das Lenkrad des Wagens. Da klingelt sein Mobiltelefon. Marzipan? Oh, hallo Peter. Aha. Okay, ähm, warte, ich, äh, stell dich mal auf Lautsprecher. Ähm, jetzt kannst du sprechen. Hallo auch an dich, Miriam. Ist euch beiden eigentlich schon mal aufgefallen, wie laut so eine Schule sein kann? Ich kann es mir vorstellen, komm bitte zum Punkt. Heute Nachmittag werden zwei Jungen zur Vernehmung zu uns kommen. Sie sollen ihre Eltern benachrichtigen und dann mit denen um 16 Uhr bald sein. Miriam weicht einem parkenden Auto aus. Wenn es die zwei sind, an die ich denke, dann hatten wir die doch schon befragt. Ja, aber da ich ja für die Mordkommission da war, müssen die nochmal mit uns reden. Marzipan ist erstaunt. Sie müssen mit uns reden? Naja, ich hab da etwas Druck ausgeübt, wie du gesagt hast. Äh, das Jugendamt hab ich auch schon benachrichtigt. Die schicken eine Pädagogin. Das ist doch schon mal was. Das ist noch nicht alles. Was denn noch? Unser gemeinsamer Freund, Herr Tügler, hat mich angerufen. Sein Bericht liegt auf deinem Schreibtisch. Er kann dich nicht besonders gut leiden, was? Ja, ja, daran gewöhnt man sich. Ich danke dir, Peter. Solange er dich mag, ist ja alles gut. Ähm, suchst du mir bitte nach der Adresse der Eltern von Marvins Mutter raus? Ich habe sie irgendwo in den Akten gesehen. Mach ich, Chef. Bis gleich im Büro. Auf dem Mitarbeiterparkplatz des Behördenhochhauses steigen Sprotte und Marzipan aus und machen sich auf den Weg in das Büro. Beide sehr gespannt auf die Ergebnisse der KTU. Da diese Berichte häufig zu kompliziert und zu detailliert für die restlichen Mitarbeiter der Kripo sind, befürchten Sprotte und Marzipan, dass es viel Tee und Kaffee brauchen wird, um sich durch die Seiten zu wühlen. Leider läuft ihnen die Zeit weg, denn neben den anstehenden Verhören der Mitschüler von Marvin muss noch jemand zu Angelika Schlüssel fahren und ihr weitere Fragen stellen. Marzipan kommt der Gedanke, dass die beiden Ermittler sich vorerst wieder trennen müssen, um die Situation optimal zu bewältigen. Sprotte und er kommen vor den anderen im Büro an. Peter muss aber schon dort gewesen sein, denn auf Marzipans Schreibtisch liegt ein Notizzettel neben der KTU-Akte, darauf eine Adresse und der Name Länge. Marzipan schlägt vor, dass Sprotte allein zu den Länges fährt und weist darauf hin, dass sie eine Aussage brauchen, mit der sie arbeiten können. Er selbst, Peter und Sebastian kümmern sich in der Zeit um die Akte, die enttäuschend dünn erscheint. Sprotte muss unbedingt rechtzeitig zurück sein, um an der Befragung teilzunehmen. Marzipan ahnt, dass Sprotte den Unterschied bei dieser Befragung ausmachen kann. Sie kennt die Jungen und den Fall. Es ist aber noch wichtiger für ihn zu sehen, wie sich Miriam in so einer Situation verhält. Ihre Zukunft bei der Kripo hängt davon ab, auch wenn sie das noch nicht wissen kann. Marzipan ahnt, dass Sprotte die Kripo hängt davon ab, auch wenn sie das noch nicht wissen können. Musik Musik Musik